Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA San Andreas, aber dieses Mal S.A.M.P. und mit... EpicGumPlayer Ja, genau ihm, ähm... Ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie es mit dem Anmeldeformular hier geht, deswegen, ähm, glaub ich mal, du wirst mir dann schon helfen, oder? Gehe ich jetzt auf Englisch, dann musst du ein Passwort eingeben und dann auf Register. Ich bin schon auf Register. Dann kannst du jetzt ein Typ aussuchen, irgendwel... Ähm, please register to save money, score, coins, also Passwort, okay, ähm... Real... Ih! Scheiße, das ist los. Dann probier ich dann mal was... Ähm, irgendwas pust. Mach aber nichts falsch. Nein, nicht doch nicht, wie kommst du darauf? Helicopter, Snowric... Das ist doch kein Englisch. Da unten steht nur coins und das ist Englisch. Wen nehme ich seine? Ähm... Ich steig mal aus irgendeinem Flugzeug aus oder Fahrzeug. Gib ein... Slash... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin dir kein... Kleinwicht durcheinander. Wo bist jetzt du? Ich bin grad zu am Piero Airport, wo bist du? Ich bin in Nevada. Nevada ist ein Flugzeug. Ja, ich meine eigentlich in Real-Life, aber... Ich bin mal in der Nähe des Stums. Gott, was für ein Arschloch. Also... Stums, Stums. Ja, warte, ich komme. Irgendwie... Ich bin im Tourismus genommen. Ich komme... Irgend so ein Panel namens Dumbass hat mich grad ihm beschossen. Naja... Ich hasse es. Zum Glück hast du auch ne die... Wollen wir mal ein Deathmatch machen? So ein Fight? Äh... Jetzt erst mal Let's Fun, würde ich sagen. Aber... Was kann man denn hier alles machen? Äh... Geh mal Slash DM ein. Slash... DM... Warte mal, wie tut man dieses Menü öffnen? T... 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 Slash... GM... So, jetzt gehst du auf... You are not in any gang. Steht bei mir. Loll? Ach, unten standest du kurz dran, hast du jemanden erschossen? Nee, irgendwie ja nicht. Ja, okay, dann komme ich mal zu San Fiero. Der BE hat hier nichts zu tun. Inbeschossen werden würde ich grad auch nicht. Also kannst du nicht den Command-DM eingeben? DM! Ach so... Hab GM verstanden, ne? No, ich wird grad irgendwie red geslappt. Ah, Deathmatch, okay. So, als geht's auf M4 Deathmatch. M4 Deathmatch One Players. Teleport? Oh, bist du? Stia! Wo bist du? Ach, dort du Fenmer! Ach, ha, ha! Hehehehe! Scheiß-Camp-Adu! Der Kamp-Adu! Der Kamp-Adu! Ich hab' über die geile M4! Ich hab' so'n Zielprobleme, ich hab' so'n Zielprobleme, ich hab' so'n Zielprobleme! So, ich hab' grad' irgendwie rausgekickt. Ich geh' mal, mitmust das der Schlieb eingeben. Junge, ich versteh' grad nur Spanisch. Sorry. Wie nochmal? Slash Leaf! Also, wenn du kein Englisch kann standen... Slash Leaf. Ne, ah, Leaf, achso. So, und dann gibt's nochmal die E-M1-Mendies-Druck-Minigander-Match-Match-Bereich. Nein, 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 ich bin nicht verrückt. okay doch da kriegst du wenigstens Kohle und das Leben was befeiftet nicht mehr und weniger oha hier muss ich hier Wacken wo es sei ich noch kann schon ich habe hier etwas so leicht was sei der das heißt wenn er nicht und von zu irgendwo und wenn schon unten im Stadion irgendwo ja dort bin ich ja auch wir haben uns hat sie irgendwie verliebt über die Kohl wo das kennt die doll für den Spiel Scheiße die Kommission hier raus ich darf irgendwo hier in der Wand rum und er kann das sagen sorry Leute und sorry Epic Gameplayer um ich habe seit der Ewigkeit des Genes SMP lauter diesen Antoine setzen also ich meine es allgemein als SMP das habe ich an der Ewigkeit nicht mehr gespielt neue ersten Scheiß-Hacker-Bett-Gott-Modern irgendwie da hat Gott ich komm mir nicht raus ii wo er wirklich nicht ich habe zu lange wenn die Kerstin mehr gespielt das haben wir und ich habe die Kontrollt gar nicht mehr unter ich habe mich stört oh mein Gott jetzt komme ich mir blöd vor oh Gott Was für Mühe ich habe Rider erschossen Ii ii ich war hinter dir du Wachstuhl verdammt Jogi ich bin ja nur verwirrt da Prozent nehmen es immer gespawnt Scheiss Camper ich schwöre was ich bin hier gerade eben gestanden weil ich gespawnt bin Alter verdammt Alter die ganze Zeit erschossen wirklich die Camper gehen doch die Nerven ja Junge jetzt geht's noch oder auch ich bin zu fortfurt die Spallern hier und 150 Schuss auf ein und wenn wir hier noch nicht treffen ist ein erster das Wort wieder neben mir und der Bauch Hahahaha was für ein aber ich lief es irgendwie Oh mein Gott, ich warte nur noch, bis ich wieder diese Sucht verfalle, online zu zocken und kann nicht mehr offline spielen. Ich warte nur noch darauf. Pah! Hast mich erwischt, du Arsch! Ja, ich stand hinter dir. Wow! Könnt ihr mir auch mal... Alter, hier ist wirklich einer Unkilling Spree, ich schwöre. Ja, ich hab schon zwei. Also dafür, dass ich die ganze Zeit irgendwie erschossen werde und weiß nicht wie, ist es gut. Alter, aber was ist das Überball-Diesch ist hier? Keine Ahnung, lol. Ich habe einen 42er Ping, habe vier Kills und... Ich bin schon alleine. Ich bin schon alleine. Ja, es könnte ich sein, aber ich bin hier oben. Du bist auf jeden Fall nicht. Killing Spree! Alter, ich hasse dich. Also dieser Typ da, wo der ganz oben sitzt, bei den Hähnchen oder irgendwo dort in der Nähe, der nervt mich mal richtig. Das Wort an den Nebückel kriegst du erst mal die Kugel in den Kopf. Bei mir selber, jetzt habe ich schon drei. Hallo? Ja. Ich hab sieben Kills. Such mir mal den Long 4. Ja, haha. Du meinst, ich habe acht weiter. Ja, ich bin bei Killing Spree, meinte ich. Aber Killing Spree ist eigentlich... Ja, ja. Was irgendwie auch noch ein bisschen unerwartet ist, ich finde, du schießt irgendwas mit 250 mit der Minigern. Sechst-Emp-Mal, einfach einmal zur Faust und dann wieder zu Minigern schafft, wie der Vollkampf-Magazin. Ja, diesen Pack kenne ich schon. Fünf? Das bohrt nicht hier oben. Ich hab vier Sterne. Vier Sterne. Ich hab fünf. Ich hab grad einen Vierer-Killing Spree gemacht. Was passiert denn überhaupt, wenn man Sex hat? Ach, da kommen die dann Kops. Und die Kops sind irgendwelche Spieler. Ja gut, wenn es gut ist, können sie nicht... Sex? Junge, ich will ja hier nicht campen, aber ich hab so diese Angst, wenn ich mich hier einmal umtrenne, dass ihr erschossen habt. Ich würde erst mal sagen, such dir Deckung. Ja, ich tu ja leider, kann ich sagen, Spawn-Camp. Ich werde überhaupt geschossen. Wieder? Acht? Was bei Walt ja auch noch ein bisschen unrealistisch finde, du kannst ja zwölf Sterne verkriegen. Was? Ja. Und dann kriegst du 60 Minuten Prison. Äh, offline. Das wär krass, wenn das so wär. Warst du das? Ich steh irgendwo auf ner Mauer. Ja, dann warst du nicht, du. Weil ich hab grad jemanden erschossen, das so aussah wie du. Ich bin so ein Chunky in ner Kapuze. Ah, hier bist du. Arsch du. Jetzt hab ich schon neun. Krass. Ey, witzig. Du bist doch, wenn wirst du mich erschießen willst. Ich krieg nicht, glaub ich. Wie ist denn? Zweimal hintereinander Epic Game Player getroffen. Nice. Hahaha. Alter, ich balle hier keine Ahnung, wie viel Moni und ihr auf irgendein. Ja, das kenne ich. Ich zerstör grad alles. Und mich herum. Arsch. Ich war's jetzt nicht. Ja, mir schon bewusst. Wollen wir irgendeines dann versuchen, dann kannst du auch noch irgendwie fällen. Ja, gerne, ja. Also, ich bin da sowieso kein Deathmatch-Fan in dem Sinne. Leaving. Ja, aber ich will jetzt noch den zehnten kriegen. Du hast schon, du stehst schon bei... Jetzt muss ich dich schon wieder suchen, bei irgendwas mit 100 und... Ah, ich war jetzt schon bei 10, stimmt, ja. Du bist jetzt bei 27. Oha. Ich bin grad aber bei 10, Alter. Ich bin überraschend. Ja, jetzt bin ich aber auf ne Stelle, wo ich's grad nicht sexy finde. Muss man meinen Policen-Rig angucken, der ist epic, ich schwör. Ich werde sie dann bei dir auch sehen. Ah ja, nochmal so zu ihm vor. Wir werden zwar jedes Mal, wenn wir aufnehmen, nehmen wir beide gleichzeitig die Aufladung. Oh Gott, so ein, der auf unseren Kanal hoch. Ja, das... Ich weiß noch nicht, wie es mit dem Upload-System dann funktioniert. Wow, das war ja mal ultra nice. Ich werde einfach so viel Parts, viel wie es geht, hochladen am Tag. Ja, bei mir ist es ja nur jeden zweiten Tag geht her, deswegen. Ja, gut, bei dir dauert es ja nicht so lange, es ist ja grad der Witz. So, ich bin jetzt draußen, bin jetzt in San Fiero wieder. Airport? Ja. Ich komme. Ah, komm her. Fuck. Oh Gott! Ich sitze auf jemanden, sind Dach drauf. Interessant, was der macht. Das musst du dir echt mal angucken. Man kann es sagen, der ist auf Drogen. Ich nehme jetzt erstmal mal, der kennt er die kleinen Minifahrzeuge, die RC-Vehicle, oder? Ja. Ich habe so dieses Gefühl, dass es uns hochjagen wird. Nein. Neu, Hauptsache, ich habe so ein RC-Bandits mit Nitro. Do not shoot you. Upsi. Neu, neu. Hm, ich kann es mal wieder so schön, geht ja, als MP einfach zu zocken. Verdammt. Oder einfach Sam. Warum denn ich soll dich nicht gleich, SR MP? Ganz einfach. Äh, weil man es eigentlich auch so ausspricht, aber ich ja auch die Schnellwerte umfällt. Äh, wo bist du überhaupt? Ja, ich muss irgendwie auch mal mehr RC-V, die rauskommen, ich weiß nur nicht wie. Äh, Leuer. Oh Gott! Oh Gott! Ey, ich mache da einfach mal ein Trip. Dann kommt die Trip. Leute, ich habe unter Autos durchfahren. Geil. Geil. Kann man sich hier irgendwie heilen? Oh, ich bin ge... What the fuck? Mein Spiel hat gecrashed. Upsi. Ah.